hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge star wars jedi survivor viel spaß dabei wie geht es denn hier weiter wenn ich eine hilfestellung geben wir ich glaube mit der kackmaterie werden wir nicht weiterkommen ach so ich muss mich beeilen oder mir es kann sich nicht so einfach kann es sein du weißt was du zu tun hast zuflucht für alle die danach suchen klingt so schön um wahr zu sein die pilger zuflucht sollte ein würdiger ort für das versteck sein die nähe zum archiv ist ideal und mit deinen heckkünsten könnte dieser tempel für alle bedürftigen bald wieder ein sicherer haften sein vorwärts die pilger zuflucht hat einige neue verwalter dieser wachdroide könnte ärger bedeuten nein zottel und die tasten immer wieder sehr geil d Okay. Ach, Idiot. Immerhin dürfen wir jetzt die Viecher alle nochmal killen. Das wird besch... Jemand hat den Trupp auf seiner Routine-Patrouille ausradiert. Dengst du das war sie? Vergiss diese geister Geschichte, Soldat. Die Hexen sind tot und kommen nicht zurück. Die Hexen sind tot. Die Hexen sind tot. Die Hexen sind tot. Fremd. Ich bin dran! Da oben! Augen nach oben! So viel lang? Kumpelkamerad am Boden! Schütze am Boden! Danke, Sean! Er hat keine Chance gegen uns! Geht jetzt auf! Greife den Fein an! Sie ist da unten stehen! Das Imperium hat immer noch keine Ahnung, was vor seiner Nase ist. Aber irgendwann werden sie das Versteck finden. Wir müssen in Bewegung bleiben. Okay, hier geht's nicht weiter. Hade Banane! Ja genau, wir können uns jetzt den schönen Tempel nochmal genau angucken. Das war jetzt Quatschkram. Jetzt sind sie hier weiter. So, irgendwie hinter diese Total... achso, hier ging's weiter. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie noch eine Kiste oder was ist. Noch keine Spur vom Versteck des Pfades. Was ist noch ein Anst? Ein Anst jetzt? Alter! Ah! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wer ist da drüben? Weinkommande. Hallo? Hier ist keiner. Ja ich hab ihn erwähnt. Ich hab mal eine Brotdose weiterverkennen. Was ist das? Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ja, sorry, ja Langsam denke ich, wir sind hier richtig Was denkst du? Okay Mal irgendwas dran festmachen Okay Man, ich will das Teil da oben haben Aber der drande Festmacher ist natürlich nicht da Da komme ich nicht hin Seiten davon gibt es nicht Aber hey, vielleicht geht das ja auch so Jetzt gehen wir in deine Ecke erstmal wieder Das ist natürlich zu nah dran Ja, toll Das funktioniert so nicht Ach ja Oh Gott Ja, das ist ein schöner Hinweis Das habe ich mir auch schon gedacht Man muss noch schnell genug sein Das ist okay Okay, es wird wärmer Moin Techno Was ist das? Es gab bei der Evakuierung ein Gedränge Schnell Alle zusammen Hier entlang Beeilung Kommt ihr mit uns? Ich muss noch eine Weile bleiben Geht jetzt Es ist keine Zeit Ich regle den Weg hinter euch ab Möge die Macht mit euch allen sein Möge die Macht mit euch allen sein Ihr nutzt die Macht, ihr seid Calcestis Ihr nutzt die Macht, ihr seid Calcestis Das schwenden wir Das Imperium rückt an Ja Und darum muss das hier zur Meisterin Janda gelangen Diese Kontaktcodes dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen Na toll Hi Squares Für dich Geh 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 Ah cool jetzt kann ich durch die Wände durch auf geht's hat uns bemerkt Junge, 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 Junge Hä? Achso ich kann mich wahrscheinlich daran festhalten oder was? Ah ok Das war's schon wieder, weiter geht es in der nächsten Folge Wenn euch das ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal von Zoddl, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, bye! Bis zum nächsten Mal, bye!